Also zunächst mal fühle ich total Freude, dass es losgeht. Wir haben Bock jetzt einfach auch um was zu kicken. Das ist das eine. Dann finde ich, dass wir als Mannschaft zusammengewachsen sind, näher zusammengerückt sind. Das ist ja immer der wichtigste Punkt. Wir haben ja schon einige auch neue zu integrieren gehabt. Das finde ich, das ist auf einem richtig guten Weg. Und klar, dass wir sie applaudieren.